Hallo und Willkommen zu Heroes of the Storm. Ich denke, ich werde mit dem Bogenschützen gehen. Also, meinst du, um die Idee? Ja, ich spiele... Leute, was ist die Huradi? Huradi. Ja. Also, meines. Ja, schön. Drei, zwei, eins. Lass die Schlacht beginnen! Also, wir sind ein totaler CC-Champ quasi, wenn man es so nehmen möchte. Sprich, wir haben alles, um Gegner irgendwie zu verlangsamen, zu betäuben etc. etc. Was macht unsere E? Ich habe keinen getötet damit. Aber nicht gut. Doch. Aber. Huradi haben wir noch getötet. Sehr gut! Hm, ich gehe mal mit nach unten, denke ich erstmal kurz. Höh. Gunt was. Ja, ich kann das genau weg sein. Guck mal los. Guck mal los. wenn wir mich am mal am hund mit 28 sekunden oh shit ich glaube wir zurück müssen schnell dann halt schnell zu den minen zu kommen die gehen schon in die minen oh ich muss mich beeilen ich komme zu spät also wir haben die schädel gesammelt das ist das ist das ich bin ganz ohr nice 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 wir haben ja schon chill als die worauf warten wir ok 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 2 1 tschüss ah der kite den weg nice und zurück lord er sammelt einfach die schädel ein neben ihm ziemlich gut schön hat ihn gekillt 62 schädel haben wir nice ist echt gut naja wirklich viel schaden machen wir halt nicht ne ist das halt immer noch in die minen alter ist lustig aus dem weg aus dem weg wir raus aus dem weg Euer Golem ist stärker als der eurer Feinde. Zeig mir, wo es lang geht. Talent, Talent, Talent. So. Ich kann das Vieh an mich betäuben. Oh shit. Keine Mahner mehr. Keine Mahner. Sehr gut, wir müssen das haben wir geschafft. Die haben aber glaube ich viel zu viel bekommen. Dafür, dass ihre halt schwächer war. Ah, wohl. Ah ja. Das ist aber meine Ultifontive Fähigkeit noch nicht. Ziemlich schade. Die heilen sich halt übelst hoch. Das ist ziemlich kacke. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Das geht ja wieder wie eine Party, Alter. Wow. Aus dem Weg. Geht hier nur noch. Jetzt gehen wir doch oben mit. Davon schnell. jetzt zurück und dann nach unten ja da haben wir uns ja nur 1 das erste mal dass ich den spiele und ich werde unten gehen cool, nice sind ihr bereit gegen die untoten zu kämpfen die minen werden sich wir müssen runter ja ich hab schon 21 schädel worauf warten wir? hier fightet einer, oder? ne also ich krieg ja die schädel scheiße also ziemlich dumm von mir ah, ich soll mal eine ulti die hätte könnte ich da halt voll reinspringen oder so, alter hat leider nichts und fast alle tot ja gut wir müssen auf jeden Fall unten am Boss abfangen das ist mir aber ziemlich wichtig wir machen fighten ja also voll live ich bin fast tot oh mein Gott ah scheiße ja deren Stärke hm das ist nicht gut er hätte ich so engagen sollen vielleicht aber ich wollte halt den Boss noch haben oh Gott oh Gott Leute ja wir müssen das viel aufhalten aber unser ist ja auch da ne äh ähm äh äh ich hab das auch noch nicht gehabt hm hm den wollte ich ein bisschen entgegen so weit so gut und generell alle sind seit dem aussatteln ich bin echt tot dieser strahl ich stehe mich ziemlich schlecht an gerade ich glaube ich bin mit diesen kriegern kriegertanks nicht so wirklich ist nicht meins er portet sich doch sowieso zurück oh Gott er hätte gehen sollen unnötige Tore genau wie meiner was hat er denn was gemacht ich will die dinge einnehmen dass wenn die halt in die Minen gehen dass wir halt uns dann mal machen dass quasi unsere Viecher hier das machen okay wir müssen rein das ist nicht so anders eigentlich machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir ich glaube was gehört oder nach unten no 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 nice oh so okay never mind ich kann nicht mehr zum team wieso ggwp ah der ist genau da vorne schon hm aber oben push halt ganz gut ja die machen den halt aber ich konnte nichts machen dagegen ah shit den ist wieder halt stärker als unser sprengt die Fesseln und zerstört eure Feinde zählt sie auf du ich hab schon Blutelfen getroffen die sehr warmes ihr der muss uns unterstützen muss das Vieh so gut ist jetzt schnell niederlassen weil der ein stärker ist als unser wenn ihr euch einen stärker 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 sammeln müsst mhm ach komm schon nice aber unser ist schon weiter als der in die Wand ich vergesse halt das aufsatteln viel zu oft oh der Bus ist wieder da oder ja ist alle betäubt nein der haut auch noch ab ich bin euch überlegen die haben den Boss glaube ich nicht bekommen aber wir müssen nach oben ich will hier schnell aufhalten macht das schon so gut nice dann stehen wir jetzt so naja ok die kriegen wir nicht die Leute weg schau ich es noch ja aber ich lasse ihn halt im Stich gerade mit sterben weil ich weggegangen bin 80 Sekunden bis wir ihn erst zwei sind tot das ist nicht gut hört zu ihr Helden ah klar das ist absolut nicht gut die Untoten in den Minen erwachen gut nein sehr gut sie hat ihn halt super gekaltet wir sind jetzt einfach verdammt tot und können es viel wahrscheinlich noch aufhalten aber wir halt auch wirklich nicht nice aber er stirbt jetzt auch deswegen denke ich er hat es nicht überleben können er hat ja auch 62 Schädel wir haben acht oh Gott ja ist das nicht schön sofort nach oben ja können wir nicht doch könnten wir eigentlich aber wir sind einfach nicht rechtzeitig das hat nicht nicht klappt aber mir schreibt die ganze Zeit GWP wer sagt denn dass das Ding gewonnen ist für die alter keiner war das noch 12 Sekunden tot 92 Schädel das ist halt nicht gut aber das Problem das hat unsere Markursfeuer alle Sterne weil der größte Teil davon sehr gut ist ja ja das ist halt ja 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 Scheißegal, wir müssen das Vieh töten. Das ist krass, dass man die töten, die gehen, alle. Wir müssen das Vieh wegkriegen. Komm schon. Ah, ich sterbe. Aber weil die Leute nicht auf das Vieh gehen, ey. Das ist so dumm. Ja. Spiel ist auf jeden Fall verloren, diesmal. Ja, guck mal. Wenn die jetzt nochmal die volle Miele kriegen, dann war es das gewesen. War er wieder tot? Vielleicht macht er wahrscheinlich so... Und tot. Na. Na, trotzdem noch zu kurz tot, glaub ich. Hier oben mal zurück pushen. Schön backpushen wir das Zeug. Oh, der steht auch noch. Ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ach, shit. Alles daneben gehauen. Dann mal los. Wir müssen halt... Ah, warten. Auch zwei tot. Kehren bald zurück. Ja, stimmt. Oh, da oben sind welche. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber ich glaube, auch wenn, dürfte es ziemlich eng werden. Oh, das Camp wurde gekleert. Hier sind welche. Also dann. Nope. Das ist Kumpel. Such dir ein. Sein Besuch wird dich lieber doppelt. Hatsache. Ja, wir müssen halt hoch. Immer aus dem Grund, dass sie halt pushen. Worauf warten wir? Sein, ich habe noch ein bisschen zu sprechen. Das hier wacht gleich. Ja, noch nicht. Wir sind noch nicht da. Aber unser ist halt nur hier vorne. Aus dem Problemchen. Jetzt muss ich noch einen machen. Wovon kriegen wir jetzt eine andere Sache. Oh, Gott. Nice. Tötet ihn. Tötet ihr. Leute. Nice. Die Sterblech. Es geht auch keiner auf ihn mit drauf, ne? Nice. Der Wohlam geht auf das Ding. Warte, wir kennen doch jetzt noch kein Schal, ne? Ah, das ist ziemlich doof. Jetzt ist es, denke ich, zu Ende. Komm, komm. Ja. Geschafft. Ihr habt euch bewiesen. Ihr habt euch bewiesen.